Und willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead, Episode 5, No Time Left. Wir haben Clementine gefunden. Eine weitere tragische Story uns angehört. Und müssen jetzt irgendwie aus diesem Hotel wieder rauskommen. Diesen armen Wurm mussten wir leider erschießen. Beziehungsweise nicht wir haben den erschossen, sondern Clementine. Ich weiß nicht, es tut mir einfach für ihn auch leid, irgendwie. Und Clementine musste ihn erschießen. Das ist auch nicht unbedingt das, was ein kleines Mädchen tun sollte. Tun müssen, sollen tun. Ach nein, halt, das haben wir doch schon. Ja, die Sachen wieder mitnehmen hier, hallo. Nicht? Achso, die Waffe war ja wahrscheinlich wieder geladen, oder? Gut, was ist denn hiermit? Ich will aber da durch. Wie, there's nothing in there. Machen wir doch mal auf. Ich will aber da durch. Na gut, okay, da können wir scheinbar dann doch nicht hin. Dann müssen wir hier durch. Hoffentlich sind da jetzt keine Zombies. Ah! Wer ist das denn? Kennen wir den? Ne, ne? Schubst ihn einfach weg. Schubst ihn doch einfach weg. Oh. Ja, das. Oh, ich glaube, ich weiß, was er vorhat. So, wir brauchen etwas... Oh. Also, ich weiß, was er vorhat. Er will, glaube ich, wirklich unsere Klamotten jetzt durch und durch mit Zombie-Blut durchnässen. Damit wir wie diese Viecher stinken und die uns nicht anfallen. Doch, leider schon. Boah. Boah. Oh, armes Mädchen. Ist ja gezeichnet fürs Leben. So. Hm. Nehmen wir mal hier den dünnen Darm. Und legen ihn dir um. Oh, nein. Oh, scheiße. Das kannst du dem Kind da nicht antun. Weh. Hi, 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 hi. Weh. Ekelhaft. Ach, ich hätte vorher noch mit dir reden können. Oh, die Arme ist süßer. Oh, mein Herzchen. Ui, 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 das vergeige ich doch jetzt auch. What's in the bag? Ja, ich habe reingeguckt. Konnte ich mir nicht verkneifen. Siehst du, die Sehne... ach du Scheiße. Komm. Ich laufe jetzt einfach immer geradeaus. Ich kann ja hier auch nichts auswählen. Ich kann auch nur geradeaus laufen in eine Richtung. Ich kann gar nichts machen. Und mich umgucken panisch. Guck, der guckt schon so skeptisch, der mit dem grünen T-Shirt. Und der mit dem Karo guckt auch so schief rüber. Oh, schön weiterlaufen. Kann ich beeindrucken lassen. Lauf weiter. La, 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 la. Nein, welch schöner Tag für einen Spaziergang. Oder ich darf nicht mit denen zusammenstoßen. Das kann auch sein. Nein! Ich... Nein! Ist nicht die Mama, oder? Ist nicht die Mama und nicht der Papa, oder? Doch, sind die Eltern. Nein, nein! Blie! Nein! Nein! Blie! Nein! Wo ist es? Blie! Blie! Wake up! Please don't be dead. Please, no! Blie! I... I was so scared! I... I... I thought you left me. I... 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 Oh, der hat aber auch schon eine sehr ungesunde Hautfarbe. Der ist... Der ist schon kurz vorm Kollabieren. Das sieht man doch. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Wieso wieder benutzt du nicht den Arm? One... Two... Three... Drei! Ah! 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 See? Clementine... Was ist das? W-W-W-What happened? No, 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 that's... That's not... No, 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 no! Yes, Clamideus. There's no time to be upset. Okay, I'll try not to be... I think there might be a way out over there. He doesn't come out of his office. Good, good girl. Let's go. I might be a little slower. I'll help you. Will ich irgendwas klauen? Da, Klunker. Klunker Klauen. Oh! I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. You couldn't have know. I thought I told you. It was scary at the hotel. Yeah. Keep going. We're almost there. Tja, will this be the place where Lee... Oh man, click, 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 click. I can't. I can't. You have to. Damn. I can't move. This is it for me here. Please, please try to get up. Komm, try it again. Verdammt. I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? You need to get out of here as soon as you can. I...I can't leave you. Just work on getting out, okay? We'll figure it all out. Don't worry. Just start by getting that door open. Oh, let's see first. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ow. Ow. Guck erst mal. Ah, here, nimm das hässliche Ding da. Irgendwas hier, da. Oh my, Lee, das kann doch nicht sein. So kann's doch nicht enden. Okay. Use the bat to shut that window so you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken grass. Good job. I know. I know. I know. Huh? Grab the jack thing. Use it to reach in, to the log. Uh... Open. Uh... 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 Moment, das wollte ich nicht. Ich kann mir denken, was er vorhat. Oh nein. Das kann nicht euer Ernst sein, Leute. Das geht doch um uns. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Was müssen wir mit ihm machen? Strat ihn vor da. Begut, was du von ihm brauchst. Die Schlüssel, und dann die Schnauhe. Die Schlüssel und die Schnauhe? Keine Angst. Wenn alles gefährlich ist, bist du schneller als er ist. Was soll ich zuerst bekommen? Das ist der Schnauhe. Immer der Schnauhe. Das ist der Schnauhe. Toll. Ich kann ja nichts machen. Oh. Okay, ja, ja, ja. Ist ja gut. Erst mit den Füßen. Ich dachte, das hieß wegtreten. Sehr gut. Nochmal. 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 Und nochmal. Mein Gott, der ist aber zäh. Nochmal. Sicher ist sicher. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Du kannst dich selbst beherren. Du kannst dich selbst beherren. Nein. Nicht immer. Ja, du kannst. Keine Angst. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Du bist stark, Klip. Du kannst alles machen. Aber... Du kannst alles machen. Ich bin klein. Das bedeutet nichts. Du kannst es sehen, dass du zuhörst. Es ist okay. Meine Eltern. Es ist so schrecklich. Ich kann es nicht vorstellen, dass ich mich... Und jetzt, du? Bitte. Bitte nicht sein, dass sie einen von ihnen sind. Bitte nicht sein, dass du ein Walker bist. Es ist nur eine Sache, die du kannst. Du wirst das wissen. Ich weiß nicht, ob ich kann. Du musst mich schrauben, meine Frau. Bitte nicht. Es ist okay. Es ist okay. Ich habe mich zu töten, meine Frau. 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 Du musst es tun. Ich weiß, dass du kannst. Aber... Ich liebe ihn zu sehen, wie einer von ihnen. Und ich will nicht, dass du mir so sehen kannst. Und ich will nicht dich schrauben. Bitte, Clem. Okay, Le... Ich kann es tun. Ich kann. Ich kann. Find Tomid und Krista. They're looking for a boat. Find them. They'll take good care of you. Und Clem. Keep that hair short. Ich will. Ich will cut it myself. Great. Good. Und auch... What? What is it? No, don't worry. All right. I'll miss you. Me too. I'll miss you. Oh no! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR www.wDR.com 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 www.wDR.com